Peace Leute, Basketball, das ist Kelvin, ich bin's Marvin und heute trainieren wir mal zu Hause, denn wir können ja aktuell in die Fitnessstudios und jetzt zeigen wir euch mal unser Homegym, was wir uns hier aufgebaut haben, das ist alles da eigentlich, ne? Genau, wir zeigen euch heute, wie wir trainieren hier in unserem Homegym, weil die Fitnessstudios geschlossen haben. Genau, und zwar zeigen wir mal hier, was wir alles haben an Materialien. Leute, jetzt schon mal eine Daumen hoch, dann wächst euer Bizeps um ein Zentimeter. Und ja, wir haben hier eine Hantelbank, sehr, sehr wichtige Grundübung, Kurzhanteln auch sehr wichtig, da kann man schon viel machen. Genau, dann haben wir hier eine Kombination aus Klimmzüge, Klimmzüge und direkt Dips, Brust und Unterbauch und so, kann man das auch noch machen. Können wir euch gleich noch zeigen, hier Rückenstrecker für den unteren Rücken und davon auch nicht vergessen natürlich. Genau, immer wenn ihr Bauch trainiert, müsst ihr auch den Rücken als Gegensatz so auch trainieren. Ja, sonst lauft ihr, keine Ahnung, ganz krumm. Genau, immer alles trainieren, sehr wichtig. Genau. Und zum Aufwärmen noch ein bisschen Cardio und Fahrrad. Damit wir auch ein bisschen laufen können, wenn wir fahren. Und ich würde sagen, wir wärmen uns einfach mal auf und trainieren ein bisschen. Zeigen euch, wie wir trainieren. Ich würde sagen, let go. Let go. So Leute, wir machen jetzt erstmal Banken drücken für die Brust. Wir machen jetzt immer so challengeweise, wer schafft einfach mehr Wiederholungen mit dem Gewicht, was gerade dran ist. Genau. Und ja, mal gucken, wer stärker ist. Schauen wir mal. Okay, schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Zack, wir entscheiden. Äh, fängst du an. Alles klar. Und dann? Ich habe mir mehr Wiederholungen geschafft. Mehr Webs. Genau. Ich stehe hinter dir, falls was passiert. Muss immer sein. Man weiß ja nie. Genau, vor allem im Homegym, falls du die Bank wegkriegst oder so. Okay, ich zähle mit. Und. Position. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Komm. So viel du kannst. Elf. Elf Stück. Okay, okay. Okay, nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Elf Stück muss ich überbeten, dann habe ich den Pogel grinst, weil du weißt schon. Ich schaue. Aber das geht ja irgendwie immer bei jedem ein bisschen stärker. Ich bin noch ein bisschen mastiger unterwegs. Okay. So. Okay, Mann. Also Elf Stück muss ich schaffen. Ja. Okay, meine Hände sind so ein bisschen schmierig. Komm, schaust du doch. Keine Auslegung. Der Stackel rutscht dich, ja. Let's go. Zehn. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und die Zeugel. Dreizehn. Oh, da ist noch Kraft drin. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Ich habe doch nicht zwanzig. Oh. Ne. Zu unaufgewärmt. Ja. Aber ja, ich habe den Punkt. Nächste Übung. Okay, ich würde sagen, jetzt fängst du an. Immer abwechselnd. Wenn er schafft. Let's go. Okay. Der andere zählt immer. Okay. Wenn du bereit bist, leg los. Okay. Let's go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und die Acht. Okay, nice. Du warst auch immer mit dem Kopf mindestens bis zur Stange. Ja. Das ist immer zu erfüllen. Ja. Oh ja. Das könnte jetzt mal eine Chance sein, aber... Das ist ein Witz. Egal. Nicht klar, aber einfach machen. Easy. Und? Du hast acht gemacht, ne? Ja. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Oh, shit. No. Okay, okay, okay. Hier hast du gewonnen. Nice. Eins, eins. Eins, eins. Nächste Station. Nächste Übung. So, nächste Übung ist jetzt Dips. Das heißt ja, diese Übung hier frei ausführen. Wer auch wieder mehr schafft, gewinnt. Du wechselst an. Ja, steht eins, eins, ne? Direkt los. Und? Nicht labern. Gib dein Bestes. Go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich kann nicht mehr. Spaß. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zwölf. Zwölf. Oh, Mann. Zwölf, zwölf, zwölf. Stabil, stabil. Und aufgewertet. Echt krass, das Ganze. Ja, ich bin jetzt schon, aber auch schon krass. Geht die Puppe schon. Aber egal, ich zieh dich kurz ab. Zwölf Stück. Nur eigentlich schlecht. Boah, das ist nicht schlecht. Für Dips. Okay. Okay, go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Nice, Digga. Glückwunsch. Zwei eins für dich. Zwei eins. Das heißt, ich bin jetzt schon bei der letzten Übung. Letzte Übung. Es könnte unentschieden geben oder ich ziehe mich komplett ab. Die letzte Übung würde sein, Kurzhantel, Oberbrustbank drücken. Schrägbank. Wer mehr Wiederholung schafft. Let's go. So, du fängst an. Genau, jetzt Kurzhantel, Schrägbank. Wer mehr Wiederholung schafft. Entweder unentschieden, wenn ich jetzt gewinne, oder du ziehst mich jetzt ab. Ich fange jetzt wieder an. Ohne Hilfe auch. Ohne Hilfe. Okay, go. Zähl du. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und die zählen. Elf. Zwölf. Sauber, 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 sauber. Okay, man geht nicht. Ich muss ganz hoch gucken, ob ich den ersten auch noch mitzählen konnte. Ich weiß nicht, du bist erstmal hoch. Dann erzähl ich den auch nicht bei dir. Ich erzähl den ersten auch nicht. Ich hab's so hoch gemacht, dann hast du nicht gezählt. Das ist natürlich früh hoch. Den ersten nicht. Den ersten dann nicht. Zwölf, ne? Ja, du hast zwölf gemacht. Leute, easy win, easy win. Das heißt, ich muss jetzt 13 machen, mindestens. 13 Stück muss ich schaffen. Ja, Mann. Und. Let's go. Oh, Leute. Den nicht mitziehen. Genau. Und jetzt geht's raus. Ab jetzt. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Allzeit. Sieben. Acht. Nein. Was mit meiner Kraft, Digga. Okay, Achtstück. Echt. Ich schlechte mich. Genau. Verloren, mein Junge. Drei eins für dich. Drei eins für mich. Puh. War wärmig. Wir könnten noch Squats machen. Einfach so. Auf Spaß. Wer mehr schafft, komm. Das ist aus dem Platz. Ja. Okay, ist lustig. Let's go. Beine muss auch sein, Leute. Immer Beine trainieren. Im Club sieht man die zwar nicht, aber am Strand, Leute. So Leute, kurzer Formcheck von Kay. Mein Kay war gerade eine ziemlich gute Form. Geht eigentlich. Also ich ziehe echt noch zwei Mahlzeiten pro Tag durch. Und das ist das Ergebnis bis jetzt. Kann mich nicht beklagen auf jeden Fall. Ja, Sommerbody ist auf jeden Fall da, obwohl der Sommer vielleicht gecancelt ist. Ja, kein Sommerurlaub dieses Jahr vielleicht, ne, übrigens. Ja, ich geh auch mal ein bisschen, also wieder runter, ein bisschen Diät machen, damit ich wieder das Sixpack hab. Kommt auf jeden Fall. Einfach mit den Kohlen dran spielen. Oh ja, das ist die Form zu Hause. Ich bin überhaupt froh, dass mir überhaupt noch was aussieht zu Hause. Ich hab erst gedacht, man kann gar nichts reißen sollen. Ja, zum Glück können wir echt gut zu Hause trainieren. Also wir können echt alles trainieren. Ja. Okay, wir fangen jetzt mit Kniebeugen an, also Squats. Oh ja, mal gucken, wenn man schafft. Du fängst an. Einfach nochmal so, eine Übung zum Schluss. Genau. Und das Ding ist, hier hat man noch eine kleine Hilfe. Man soll ja auch nur so weit runtergehen, als ob man in der Sitzposition ist. Und dann darf ich wieder hoch. Ja. Dementsprechend nicht wundern. Eins. Zweit. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und. Zehn. Elf. Zwölf. Nice, nice. Zwölf Stück. Okay, nice, nice. Weil dafür, dass ich das letzte Mal das Training nicht vernachlässigt hatte. Okay, ich probiere jetzt zu packen. Ja, okay. Zack, ich zieh lieber schlappen auf. Gerne. Kurze Stück trinken, ich bin vertrocknet. Ich muss 13 Stück packen. Genau, 13 Stück, wenn du gewinnen willst. Ach, du hast auch schon gewonnen, ne? Ja, ich bin auch so in Nummer. Sehr, du hast Spaß. Ehe in Runde. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Perfect. Sieben. Acht Neun Zehn Elf Zwölf Oh, unentschieden Hä, ich habe 13 Ach, ich habe doch zwölf gemacht Du hast nicht abgezogen Abgezogen, Leute, easy Okay, Mann, das war auch der Workout Ja, Mann Also, das war jetzt keine richtige Das war jetzt einfach nur so zum zeigen Aber ja, so ganz grob mal Übrigens muss ich heute noch trainieren Ja, ich auch Beine, Bauch Also vernünftig dann Das war jetzt so vorzeigemäßig, challenge-mäßig Wir grüßen noch zwei Leute Wunderschöne Grüße an Michael Und Yara BAM Ihr habt uns hier auf YouTube abonniert Und die Glocke aktiviert Danke dafür Wenn ihr auch von uns begrüßt habt Man muss dann einfach noch auf Instagram folgen Einmal mir, Kelden, Fitti Und Marfit Denn Pro-Account suchen wir immer Und außerdem hier einblenden Dafür müssen wir uns beiden folgen Und das neueste Bild liken Und mit hashtag Glocke aktiv kommentieren Und ihr habt die Chance hier eingewernt zu werden Viel Glück Ansonsten würde ich sagen, Leute Bis zum nächsten Video Peace